So Freunde, willkommen zurück. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück gehen, denn wir wollen ja wieder zurück in die Anlage. Wir haben eine neue Tarnung bekommen, nämlich Geist und damit können wir uns lautlos bewegen. Wir können zwar gesehen werden, aber niemand kann uns mehr hören. Na Moment, hier unten die Ratte würde ich ganz gerne mitnehmen, denn wir haben keine Nahrung mehr. Wir haben zwar wieder unsere Ausrüstung, aber kein Essen. Und wenn wir schon mal hier sind, ja lecker Frosch, essen wie die Franzosen. So, Nummer B und Nummer B. Was haben wir hier? Pilze. Die könnten wir sogar auch mitnehmen. Wäre auch eine sehr gute Idee. Ich glaube, das hier sind sogar die richtigen. Jep, die werden wir noch brauchen. Hier drüben noch eine Ratte, aber wir sind voll. Na, nochmal hier so eine Pilzladung. So, und weiter geht's. Was haben wir hier? Ein Karton. Variante B. Ration und ein wenig Munition. Na gut, gehen wir nach oben. Na gut, gehen wir nach oben, gehen wir nach oben, gehen wir nach oben, gehen wir nach oben. So, eine musst du noch nicht tun, gehen wir nach oben, gehen wir nach oben. Hier, weiter geht's. Und jetzt geht's va commencer. Entschuldigung. Mein Name ist jetzt mal willkommen. Entschuldigung. Na gut, wie man sieht Wir haben keinen Weg zurück Den Wagen hier können wir nicht bewegen Und hier drüben lungert eine Menge rum Normalerweise können wir die ignorieren Wir haben eine sehr gute Tarnung Sollte ausreichen Denn wir müssen hier hin Also einmal schnell hier durch Na gut, rein hier Okay Einer ist direkt hier Jeb, der hier Den holen wir auch sofort weg Oh, der war tödlich Ah, Mann, wir haben die Stimmt ja Durch das Video machen wir hier einen Wechsel Ganz vergessen Sorry, Bro Es tut mir wirklich leid Ich wollte dich eigentlich gar nicht umbringen Naja, jetzt können wir nur einmal looten So, wir müssen, soweit ich weiß Da hinten hin Irgendwo hier lungert bestimmt noch jemand rum Aber sonst kann man hier nichts mitnehmen Man merkt schon, das Ganze geht so in Richtung Ende Als wir angefangen haben, konnten wir so viele Dinge finden Tarnanzüge, Bemalung Jetzt wird es immer ein bisschen weniger Na, shit Der muss weg Der wird uns sehen Ja, der sollte sitzen Zwei da hinten Na, komm, den looten wir noch Soweit ich weiß, sollte hier auch keiner mehr sein, der uns sehen kann Dennoch Mal hier um die Ecke bringen So Nix Gut Niemand hier und Oh ja, den Weg hier, den kennen wir alle Erstmal den hier aus dem Weg räumen So, Kumpel Wo feuern die rum? Ich hab keine Ahnung Jagen die jemanden? Egal, den looten wir noch So viel Zeit muss sein Es könnte sein, dass die irgend so ein Training machen Jepp, die machen ein Training Ich dachte schon Ja gut Ignorieren wir Sollen die hier Training machen? Wir müssen so oder so Nur hier wieder rein Da, wo wir eh schon waren Alles klar Hier sollte mich gleich Niemand mehr sehen Hier oben finden wir wieder Granaten Munition Dinge, die wir nicht brauchen Snake, ich sehe, dass du in die Hangare Nicht allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky-high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C-3. You know there's four tanks in there, right? You have to put C-3 on all four of them. To plan a C-3 charge, all you gotta do is equip the C-3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But, uh, make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C-3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Could, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shot. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C-3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. Alright. I'll make sure I finish planting all four charges before I start the timer. Once the timer set, you've got twenty minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Uniform. Komm schon. Na gut, dann muss es irgendwo hier sein. Der hier drüben. Yep, der hier. Wen haben wir denn hier drin? Metal Gear Solid 2. Raiden. Ja, eine Uniform bekommen. So, Freunde. Jetzt gehen wir hier mal hin und wir nehmen. Bemalung keine. Und hier drüben nehmen wir Wartung. Ja, das Ganze funktioniert jetzt eigentlich im Grunde genauso wie im Labor bei den Wissenschaftlern. Wir können uns hier frei bewegen bei den Soldaten. Doch wenn wir in die Nähe von so einem, ja, Mechaniker kommen, dann werden wir direkt gesehen und enttarnt. Deswegen könnte man das so machen. Man nimmt hier so ein bisschen Zigarettengas und flupp, haut man ihn weg. Wenn man will, muss man jetzt nicht unbedingt. Und hier sollten wir auch so ein bisschen vorsichtig sein, denn hier kommt jemand, wie man sieht. Na, wir könnten hier beide weghauen. Wenn wir schnell genug sind, versuchen wir es. Und... Der eine geht hier unten hin, der andere hier drüben. Und... Smoking. Ja, noch hier hin. Ist doch alles kein Problem. Und jetzt hier C3. C3. Na also, geht doch. Einmal. Das nächste finden wir hier. Und dann sollten wir einen Anruf kriegen. Hm. Snake? Eva? Ich habe zuerst die Bombe auf der Briege geöffnet. Wenn wir die Briege entfernen, dann wird der Krieger uns nicht möglich. Das sollte uns zumindest noch ein paar Zeit geben. Ich habe auch die Erdbewegung geöffnet. Wie geht es auf deinem Seite? Ich habe gerade zuerst die zweite Briege geöffnet. Gib mir ein bisschen mehr Zeit. Okay. Ich werde dich auf der Briege warten. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch zwei. Einmal direkt hier. Gut, hier oben steht einer. Der ist ein bisschen tricky. Ein bisschen schwierig. Wir gehen mal hier durch. Und nehmen den anderen Weg. Der hier ist am Pennen, wie man sieht. Ja, hier oben rennen noch einige rum. Und wir wollen hier hin. Jetzt müssen wir einfach ziemlich schnell sein. Oh, 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 oh. Dreh dich um. Ein bisschen näher ran. Ende. Los geht's für uns. Got you this time. Major, I finished planting the C-3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah. Are you sure? She can handle it. All right then, we'll hurry up and get out of there. Snake! Why'd you come back? Snake! Geh! Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 The Philosopher's Legacy This microfilm contains all the information regarding the legacy You might say that this film itself is The Philosopher's Legacy It was the smell that gave her away No Not the perfume It was gasoline Motorcycle gasoline She reeked of it To think that lovely Tatiana was a spy We found this radio along with her too Such a fine woman she was It almost pains me to have to kill her Yes, she was an obedient one She was my precious little pet Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell You dirty whore I've had enough kisses from you I should have known Sokolov wasn't man enough to have a lover like that Just like the KGB to send something so beautiful yet so deadly What is the Philosopher's Legacy? What is the Philosopher's Legacy? What is the Philosopher's Legacy? Very well I'll explain it before I kill you During the last great war The most powerful men in America, China and the Soviet Union had a secret pact The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order To secure victory in the war The three countries pooled their resources To conduct the most covert types of operations and research The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit And they amassed an enormous sum of money to fund these projects Enough to fight the war five times over That wealth is the Philosopher's Legacy After the war was won, the three countries were to divide the Philosopher's Legacy amongst themselves This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany As soon as the war ended But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country My father was one of the men in charge of managing the Philosopher's Legacy In the confusion that ensued after the war ended He devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy The money was divided up and laundered through banks all over the world Switzerland, Australia, and Hong Kong This microfilm contains a record of all those transactions After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility But that worthless fool, Granin, failed to produce results I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohad My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly But the spy network established by the secret pact still existed I used it to contact the boss and suggested that she defect The boss was conniving enough to see things my way The world was once one But the conflict between the Philosopher's has torn it in two We will use the legacy to heal that rift And make the world whole again To do this, we need strength An unstoppable trump card with enough power to bring order to the world That trump card was to be the Shagohad and the Cobra unit I have lost the Cobras, but I still have the Shagohad and the legacy There is nothing America can do to stop us Boss, take this someplace safe Take good care of it He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason The C3's been stolen He must be planning some sort of sabotage I'll go see if there are any surprises waiting for us I'll dispose of her as well Leave everything to me Fight like a warrior, Volgen But of course Let me face him I've been waiting for this moment Time to get even No more judo and no more field strips Enough of this He's mine You will stand right there and watch Got it? Please, Colonel Let me Silence Silence Huh? Ah 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 Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Battle. Wir machen es eine gute Idee. Es ist nur Sie und ich, jetzt. Und ich werde das Spaß machen. Schnee! So, ein Duell Mann gegen Mann, aber nicht in dieser Uniform, sondern wir brauchen gar nichts. Echte Männer brauchen kein Hemd, aber hier brauchen wir einiges. Messer nehmen wir mit, Revolver nehmen wir mit und hier unten C3, weg damit, ein Glühpilz. So, dann legen wir los. Na, komm ein bisschen näher. Und jetzt hier greifen, nach vorne schleudern, Revolver nehmen und hier sieht man, wie viel Ausdauer wir hiermit abziehen. Geht eigentlich relativ schnell. Ah, jetzt kommt die Nummer hier. Nervig. Na, komm schon, leg los, wir haben wenig Zeit. Wir haben wieder das Sorrow gesehen. Und wieder nach vorne. Revolver in die Hand. Zuhauen. Und so eine Rolle nach vorne und schon hätten wir beinahe einen weg. Geht also alles ziemlich schnell. So können wir nicht greifen, denn der Mann steht unter Strom. Na, wieder die Nummer hier. Nein, das war die hier. Ah, jetzt habe ich eine Kugel. Dämlicher Mist. Konzentration. Ich will ihn greifen. Denn so ziehen wir ihn ein bisschen mehr ab. Mit dem Revolver in der Hand. Komm schon, komm schon. Na, wieder ein bisschen zu früh. Aber die Hälfte haben wir beinahe. Deswegen machen wir so weiter. Greifen würde eben so ein bisschen besser funktionieren. Aber ich bin zu nervös. Bin mal viel zu schnell unterwegs. Und wieder ein bisschen zu früh. Und wieder ein bisschen zu früh. Schrauben Sie ihn! Sie hören Sie? Ich habe gesagt, schrauben Sie ihn! Entschuldigung, Colonel. Ich habe Angst, dass ich das nicht tun kann. Was bedeutet, dass du nicht? Ich habe eine Projekte für den Boss gemacht. Silence! Ich bin Ihr Kommandant. Sie fragen sich meine Autorität? Ich bin so ein Mann, Volgen. Volgen? Emergency. Explosives haben sich geteckt. All non-EOD-Personal wurden sofort verabschiedet. Ocelot, find die Bombs! Repeat. Explosives haben sich geteckt. All non-EOD-Personal müssen sofort verabschiedet werden. Move it! Weiter geht's! Moment, Moment. Hier brauchen wir den Pilz! Alles klar, hier drüben hin. Der Pilz saugt den Strom auf, wie man sieht. Eine sehr coole Sache. Ah, wieder die Nummer! Die hasse ich! Ich hasse sie! Auf die Knie mit dir, du Knecht! Okay, wir müssen uns hier mal wieder frisch machen. Schon wieder alles so lange her. Eine Schusswunde. Natürlich. Wie ging das? Einmal so. Und so. Ich bin wieder frisch. Er holt sich Strom. Ist kein Thema, ist kein Thema. Und wieder hier schön mit dem Pilz. Doch leider, leider. Mein Pilz ist leer. Au! Ah, nein, 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 nein. Okay, kriegen wir noch hin? Au, Mann! Okay, Moment. Wir schauen mal, wie stark bin ich angeschlagen. Wieder eine Schusswunde. So. Und hier... Ich weiß nicht, sollen wir uns heilen? Na gut, wir heilen uns noch. Ja, den könnte man ein wenig besser machen. Aber hey. Ich hab das Spiel das letzte Mal vor neun Jahren gespielt. Wo ist es denn? Hier oben. So. Ich hab keinen Pilz. Ich werd gegrillt. Nein, 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 nein. Hör auf! Hör auf! Na also, jetzt. Nochmal ne Rolle hier nach vorne. Au! Dämlicher Bastard. Komm schon. Ja, ich weiß. Eine Minute. Wir machen's spannend. Noch einmal. Autsch. Die Uniform. Die Uniform.